Etwa 100 Gäste folgten der Einladung zum Neujahrsempfang der GERA-Linken. Darunter neben der Oberbürgermeisterin auch der Ministerpräsident als Hauptredner. Ein Wasserrohrbruch im Bürgerbüro am Markt ließ vor einem Jahr den Neujahrsempfang der GERA-Linken kurzfristig platz. Der Neujahrsempfang in diesem Jahr fand statt, auch wenn einer der vier Vereine des Sozialismus, der Winzer, für etwas Verspätung des Hauptredners sorgte, wie dieser mit Augenzwinkern erklärte. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow schaffte es trotz Staus, den rund 100 Gästen in den renovierten Räumen einen Querschnitt der aktuellen politischen Themen in Thüringen und GERA zu vermitteln. Mehrmals betonte Ramelow dabei, wie wichtig es sei, die Stadt und die Region zu stärken, damit sich nicht das Gefühl breitmache, dass in GERA nicht mehr viel passiere. Dieses Gefühl wäre kreuzgefährlich für die Stadt und damit für die ganze Region. Dieses Gefühl wäre aber auch zutiefst falsch. Hier passiert nämlich ziemlich viel. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass das, was hier passiert, auch gut begleitet wird. Deswegen bin ich mit der Oberbürgermeisterin regelmäßig im Gespräch. Es hat einiges an Anstrengungen gegeben, Dieter. Und die Kollegen, die im Stadtrat sind, können ein Lied davon singen, Margit, wie oft wir manchmal rund um die Uhr telefonieren mussten, um die Dinge in Gang zu setzen, um den Haushalt genehmigungsfähig zu kriegen und um die Handlungsfähigkeit der Stadt wieder zurück zu erobern. Damit ist die Region und die Stadt noch nicht über dem Berg. Aber sie ist auf einem Weg, bei dem ich sage, wenn man jetzt die nächsten Schritte so weiter geht, dann wird diese Stadt auch wieder eine starke Ausstrahlung haben. Bewegung soll auch in die Sanierung der GERA-Schulen kommen. Deshalb unterstützte Ramelow das Vorhaben, den möglichen Kaufpreis für das ehemalige Bergarbeiterkrankenhaus als Investitionsmittel für diesen Zweig einzusetzen. In dem Sinne wünschte er sich und den Gästen, zu denen auch Vertreter der Stadtratsfraktionen von SPD, Grünen, CDU und Arbeit für GERA gehörten, eine friedliche Zukunft in einer verrückt gewordenen Welt.